Ja komm wir setzen ihn hier noch in der tiefen Kolonie an Und dann holen wir hier noch mal Gas Ja nein Jetzt kommt ihr wirklich von hier unten Wollt ihr mich verkackern? Wollt ihr mich wirklich verkackern? Erschöpft okay Tja Dann geht mir doch mal direkt da hin So Ist doch nicht ey Wisst ihr was? So So Und so Also Wer jetzt gleich noch durchkommt dann Was ich auch nicht So 7 Kolonie Die bauen wir da genommen ab So Forschen wir nochmal hier weiter Das haben wir Dann brauchen wir noch einen Arbeiter Und Die Königin brauchen Energie So Dieben Kolonie Dieben Kolonie Dieben Kolonie Also ihr seht die Die Kriffe Während dieser Mission schon deutlich mehr Unsere Mineralien sind auch gleich schon aufgebraucht So Nun versuchst das hier mal Komm Ihr seid doch schon fast fertig hier Oh Wo Da hat er direkt einen aufgemacht Das ist scheiße Das ist scheiße Da müssen wir direkt einen nachsetzen Hm Und Dann machen wir hier noch diese Verseucher Dings hin Warum kannst du das da nicht bauen Warum kannst du das da nicht bauen Geht doch So Ich bin denke ich brauch das denn 150 Nein Nein Wie heißt das B Wir suchen einen kleinen schönen Zerg Den wir das Abrechen können Da Da Lassen wir mal schön in Ruhe Die Evolution abgeschlossen Genau Der Schwarmcluster wird angegriffen Gibt's doch nicht ey Gibt's doch nicht ey Oh Boah Hat sich nicht B gedrückt? Ach Was soll der Geiz Hm Das gibt's doch nicht Das gibt's doch nicht Unsere Streitkräfte werden angegriffen So, nehmen wir schon mal raus E-Mail 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 und unser zweckangriff haben wir auch direkt und ihr zwei ach komm, mach den vollstrahlisten jetzt gleich, Jungs komm, 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 mach alles platt hier zum besten Mann, den wir uns selbst tun, 섞 noch mal zum Paketvo ist etwas immer, Senior und da verwenden wir jetzt die Königin Das ist auch erschöpft, oder was? Oh, ja. Komm, geht mir da fleißig arbeiten. Komm mal zurück. Ja, ich weiß, hier rum geht es noch weiter. Aber nicht heute. So, was musst du? So, hier machen wir schon. Zecken, ja. Und Schildrass. Okay, okay. Aber meine Beschützer an mir steht ja schon wieder drauf. Von dieser Seite müsste es jetzt eigentlich einigermaßen ruhiger werden. Wir brauchen mehr Mineralien. Mal zu erwarten, ne? So. Jetzt aber. Jetzt will ich es wissen. Komm hierhin. Komm hierhin. Oh, eigentlich. Genau. Die Dinger, Mann. Oh, Mann. Ist das denn so schwer hier? So. Jetzt gucken wir mal hin, ob wir da noch was finden. Wir machen in der Zeit natürlich noch mehr Zähne. Und gleich machen wir auch noch ein paar gute Listen. So. Das können wir auch nochmal erforschen. Auch wenn wir bestimmt wieder gleich Mineralienmangel haben. So. Nach der Luft, dass wir. Ist nicht gut für uns. Und jetzt. Ja. Wie haben wir denn irgendwo. Erkunde das mal für uns. Ach. Wie es ist, so unfähig. Hier. Ich bin so unfähig. Oh, wie. Ich bin so. Ich bin so. Der Schwarmcluster wird angegriffen! Wir geben es doch! So! Blutbad! So! Nichtsdestotrotz! Was soll's! Wir gehen nochmal hier hin! Und gucken mal, dass wir von da aus vielleicht noch was machen können Vielleicht sollten wir das Eingaben erforschen Der Königin! Ich bin da nicht so gut drin scheinbar Unsere Streitgriffe haben angegriffen! Kommt nochmal hier hin! Das klappt doch! Evolution abgeschlossen! So! Das klappt doch! Evolution abgeschlossen! Okay! So! Wir gucken mal da oben was da los ist! Wir werden bestimmt noch in einem Arzell Wir gehen doch gar nicht so schlecht aus! Und wieder ein Ultranist. Vonnehm wir mal aus dem Kühnchenkampf. Hm, wo sind sie? Ich schieße da mal ein paar Sieben rein. Und holt er die jetzt ab oder was? Jawohl. So, dann machen wir das. Ich versuchte es auch mal durchzubrechen. Dann macht alles platzwechsel. Sehr gut. Oh, komm. Da schießt die noch nicht. Komm, die Karteflieger. Leck. Ja. Aber da ist die Hauptbasis. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. So. Kinder. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. So. Kinder. Kinder. Machen wir mal noch mehr, Lukas. Nach der Zeck. Und Panzerhautsabteil davor. Die Falle. So. Die Falle sind ja auch nicht. Dann brauche ich ja wirklich mehr Mutters So wie es aussieht brauche ich noch Overlords Zack Noch mal eine Runde Overlords Und wie kommen wir da hin, da rüber Ok Jetzt haben wir euch alle da Wir können auch da hin kommen Hi Unsere Streitkräfte werden angegriffen 2 3 Gut Machen wir noch mal ein bisschen Unterstützung Hier Die Basis kriegen wir auch gleich platt Noch eine Hydra Noch eine Hydra Noch eine Hydra So Er wäre der Trop 4 Dahin Und er wäre der Trop 5 So So Rinder Komm Rinder Und dann gucken wir mal Was kommt So 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 Hier kommt auch noch mit So 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 ganze oberlots fallen auch schon die ultralistenhöhle da rennt noch ein vereinzelter rum den grünen auch glatt und dann alle gebäude zerstören sieht bald so aus da müssen noch ein gebäude sein kommt auch schon der sieg gut wenn es euch gefallen hat lasst den daumen nach oben da und wir sehen uns in der nächsten folge stag auf wieder bis dann